Noch die schwarzen, farbenen, Ding ist da dran. So, wenn ich reinlaufe. Ups. Wie ist da so ein Ding ist vor uns? Oh, die Fackel kommt da weg. Jetzt machen wir natürlich hier noch alles schwarz. Weil das soll ja dann schon ein bisschen unheimlich wirken. Okay, das heißt, wir haben ja hier unsere Spitzsacke. Geht schneller. Feuermittags. Geht da schneller. So, ich weiß natürlich nicht, wo gleich hier, ob jetzt gleich die Wand durchkommt. So, das heißt, wir müssen hier auch noch mal eine Reihe weg machen. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob hier gleich wieder irgendwas zum Vorschein kommt. Was vielleicht nicht zum Vorschein hätte sollen kommen. Nein, das muss auch noch weg. So, wir nehmen mal ein bisschen Kohle auch noch mit. Kohle braucht man immer. So. Wäre auf jeden Fall mal unseren... Oh ja, auch noch ein bisschen Salzstein. Nicht Salz, doch Salz. So. Dann können wir jetzt hier auch mit schwarzen Dingern zumachen. Oh, das war jetzt ungünstig. Halt, das muss auch noch weg hier. So und so. Und dann kommst du da hin. Oh. Da kommt jetzt... Die Musik muss man ausmachen. Die Musik muss ausmachen. Das habe ich schon gerade gedacht, was kommt jetzt für eine komische Musik hier. Für eine Fehlermeldung. Muss ich aufpassen, dass ich meine Töne jetzt nicht zubaue. Das wäre richtig mega ungünstig. So. Jetzt kommen wir hier nämlich schon ein bisschen näher. So. Dann haben wir... Benni, wenn du nom nom schreibst, dann hast du auch einen Keks. So. Was ist da los, ihr? Siehste, musst du halt fünf Euro mehr investieren. Was? Na klar. Ob war schon meine letzten Kröten. Und was habe ich davon? Den Sub-Hype. Ja, immerhin. Wenn jemand subscribt, dann kannst du halt mitmachen. Siehste. Also. Freu dich doch. So, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Dieser ist die Strafe dazu. So. Dann soll ich natürlich auch noch schwarze Stufen hinmachen. Und dann, wenn ich jetzt hier natürlich immer hingehe, zack bumm, kann ich die Tür aufmachen. Hier ist alles schwarz. Oh. Und dann, äh... Sieht das schon fast ganz gut aus. Wir machen hier auch noch mal die Decke noch ein bisschen schwarz hier. Natürlich nicht so, nicht so, nicht so, nicht so viel. Das ist doof. Das ist doof hier. So. Was ist eigentlich mit der Musik? Die passt ja gar nicht dazu gerade. Äh, warte mal. Muss ich mal ganz kurz mal gucken. Äh, was ist das denn für ein... Ach so. Kein Wunder. Kein Wunder. So. Ich schaue mal kurz um. So. Das war ja gerade ein bisschen zu viel gerade. Des Gutens. So. Da soll nämlich... Äh, schön ruhig muss ich ja hier dabei sein. So. Gucken wir nämlich da, nehme ich jetzt. Das kann man so lassen, glaube ich. Das kann man so lassen. Machen wir den hier noch ein bisschen weg. So. Das kommt noch eins weg. Wie heißt, wie das Portal immer so rumwedelt ist. Bläh, bläh. So. Das kommt noch eins weg. So. Wie sieht es aus? Nein, reicht aber gar nicht. Muss ja hier noch weg machen. So. Gucken wir, wie das Ganze eigentlich aussieht hier. So. Das war falsch. Ähm. So. Wo war ich mich noch für im Schwer-Wurf-Programm? Im 3. Im 2. Ja. Das ist, äh... Ja. Ich warte ja auch noch drauf, ne? Ich warte ja auch noch drauf. Weißt, es soll ja noch in Bearbeitung sein. So. Oh. Soll ich keine schwarzen Dingens mehr? Dann muss ich wahrscheinlich wieder unten in meinen super duper Keller gehen. Ich glaube, da hab ich sie hergeholt. Ich weiß gar nicht, wo ich die überhaupt hergeholt habe. Wo hab ich denn diese schwarzen Granitsteine hergeholt? Schwarzer Granitlasterstein. Irgendwo hab ich die mehr hergeklaut, ne? So. Also, was machen wir jetzt das Schwarze bis hier hin? Bis hier hin. Und dann gibt's nämlich ins Dunkle. Und dann denkt man schon alle, oh, was ist denn hier los? Und dann findet man eigentlich gar keine Tür. Und dann siehst du eigentlich nur, wie hier mal reinkommt. Zack. Und dann, uah. Ist hier so ein Portal. Uah. In dem Punkt von, äh... Ja, toll. Okay. Kann man das mal so lassen. Die Treppen werden auch ausgetauscht. Die Treppen werden auch ausgetauscht. So. Tschüss, Benni. Achso, Benni. Ach, wie, bist du spät? Alles klar. Dann bin ich später mal. So, muss leider los. Ich muss noch Schnitzel essen. Nein, Benni. Du rappst dir. Es gibt keinen Schnitzel für dich. So. Tschüss, Benni. Lass dich schmecken. Und danke. Und nom 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 nom. Ja, genau. Nom 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 ist Französisch und heißt Name, 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 Name. Das haben wir schon mal rausgefunden. So. Bist du schon wieder dunkel? Ernsthaft? Naja, da sieht man... Ha! Hau ab! Ich hab doch gar kein... Ich hab doch gar kein... Ich hab doch gar kein... Kein Ding ins Bums. Keine Waffen. So. Jetzt hoffe ich, dass die da schnell... Äh... Nicht bei mir reinkommen ins Haus. Glück gehabt. Muss nicht auf die Platten drauf treten, sonst kommen die rein. So. Dann lege ich mich mal ganz schnell hin. Und dann, äh... Soll es auch gleich wieder gut sein. So. Ich habe genügend Emotes zur Hausweite. Ja. Ich muss das irgendwie nochmal so einfügen, dass man das in den Chat eben so nutzen kann. Was krabbelt denn da so komisch? Ah, eine Späne. Alles klar. So. Gehen wir hier wieder runter. Und dann können wir hier auch wieder rausgehen. Oh! Wo ist er hin? Wo ist er hin, der Endermann? Ich hoffe, er ist weit weg. Ich hoffe, er ist weit weg. Ich habe da keinen Bock, den da zu begegnen. Weil ich allein schon 37 Levelpunkte habe. So. Ich hoffe, der ist weg. So. Dann können wir auf jeden Fall... Jetzt habe ich gerade gedacht, was fällt da hinten? Guteswillen. So. Dann können wir jetzt auch auf jeden Fall, äh... Oh. Verfolgte Fleisch. Wo denn? Ach so. Ja, komm her. Soll ich mir helfen? Das ist doch... Alter, ich bin gerade erschrocken, ey. Oh mein Gott. Da ist eigentlich gerade erschrocken. Oh, wolltest du mir eine Blume geben? Alter, fällt da gerade... Ich bin jetzt erschrocken jetzt. So. Haben wir noch eine Schaufel hier drin? Ja, wir haben hier eine Schaufel. So. Dann helfen wir dir da mal raus. Los, komm. Genau. Deswegen... Wollte ich ihn raus haben. Dass sich da jetzt, äh... Dass er jetzt verbrennt. Okay, dann... Danke schön. So. Was habe ich jetzt aufgenommen? Die Blume? Mh, australischer Günsel. Günsel! Günseln! Günseln sind... So. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier... Getrost die Dingens einsortieren. Ähm, die... Das, was wir haben, können wir erstmal mitnehmen. Dann müssen wir gleich ein bisschen Brot machen. Gut. Das wechselt noch ein bisschen. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu holen. Was ist jetzt kaputt? Wo bist du? Wo ist denn der? Ach, da oben ist er. Oh. Ich muss ihm irgendwie mein Schwert machen, glaube ich. Hier machen wir eh mein Schwert. Das ist doch nicht wahr, ey. Was? Wo schießt der denn jetzt schon wieder? So eine Frechheit. So eine Frechheit. So, hier können wir auf jeden Fall schon mal ein Ding jetzt machen, ne? Brot. So, acht und acht. Wo sind die anderen acht? Na ja. Bringen wir es dann nach oben in die Küche. Alles erstmal hier rein. Also, eins können wir mal essen. Okay, wir essen noch eins. Okay, wir essen noch eins. Gut. So, dann ein Rinder mit. Ich brauche noch eine größte Kiste. Wo ich sowas nur habe. Und dann, äh... Kann ich nämlich noch ein bisschen was reinpacken hier. Achso, warte mal. Die kann ich schon mal... Was ist denn da welche drinne? So, dann brennen wir also vor sich hin. Kann ich jetzt irgendwie machen, dass ich eine Kiste hier drüber baue und dann... Geht das eigentlich so direkt, dass ich eine Kiste drüber packe und dann, äh... Geht das automatisch hier rein? Ne, ne? Oder man muss ja zuerst wieder so einen Trichter machen. Weil das wäre ja dann ein bisschen ganz gut, ne? Aber eigentlich tue ich da nichts... Nee. Ich glaube, das geht ja nicht, wenn ich die Kiste direkt hier drüber packe. Ähm, ich glaube nicht, dass die dann schon eine Verbindung haben, ne? Da müssen die mir mal ganz kurz mehr helfen. Und dann mal sagen, was da los ist. Gut, hier können wir vielleicht den Dachdecker-Dinges reinpacken. So. Bin ich mal gespannt, äh, was da los ist. Ich glaube, ich muss bestimmt so einen Trichter vorher davor machen, ne? Dass ich das dann... Irgendwann so ein... Oder einfügen kann. Das wäre ja gerne ganz cool, ey. Da könnte ich nämlich... Alle Kartoffeln... Meistens einschmeißen. Und da jagt die einfach hier so durch. Und dann kann ich die... So nach und nach immer rausnehmen. Beziehungsweise, wenn 16 voll ist... Klar sind 16 voll. Aber ich den rausnehme, dass er dann automatisch nachfüllt. Geht das wohl irgendwie? So. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen... Äh... Dingens hinbauen. Dann hab ich noch ein bisschen Holz für ein weiteres... Für einen weiteren... Sag mal schnell. Unten, glaub ich, ne? Unten müssen ja auch genug Holz sein. So. Nehmen wir hier, glaub ich, raus. Hier haben wir noch Holz. Und dann können wir hier noch so eine Bank immer bauen. Ich glaube, das muss ich so machen, ne? Machen wir mal 10 Stück raus. Und dann haben wir hier, glaub ich... Ja. Machen wir mal so ein paar Kisten raus. So. Zack. Und die da auch noch rein. Gut. Nehmen wir noch kurz hin. Die machen wir schon mal größer. Und dann, äh... Würde ich sagen... Da eine doppelte. Oh. Mehr hab ich nicht mehr. Okay. Also, ich wollte jetzt eigentlich... Ne. Pass auf, die ist ja noch... So, wenn ich die jetzt nämlich nehme... Und die hier oben drüber packe... Die ist jetzt ja noch nicht damit verbunden, ne? Vielleicht nimm die jetzt mal hier raus. Wenn ich jetzt, äh... Da so eine Kartoffel davon rausnehme... Und die jetzt hier oben reinschmeiße... Ich glaube nicht, dass die da durchfällt, ne? Nein. Geht also nicht. Schade. Das wollte ich jetzt, äh... Gerade mal testen. Aber es scheint so, dass es so nicht geht. Zumindest nicht so. Da musst du wahrscheinlich den Trichter drüber... Und dann die Kiste drüber. Dann könnte es vielleicht funktionieren. Aber das... Seht ja ein bisschen bescheiden aus. Das sehe ein bisschen bescheiden aus. So, was kann ich hier noch mitmachen? Kann ich irgendwas mit denen machen? Und, und so? Und, äh... Ne. Da geht nichts. So, mit den Trichtern geht das. Ja, genau. Aber dann sieht der Trichter so ein bisschen blöder aus. Und dann sieht das hier drauf. Und das ist die Kiste hier oben. Hm. Hm. Gefällt mir natürlich noch nicht so ganz, ne? Gefällt mir natürlich dann nicht so ganz. Schade. Na okay. Dann müssen wir halt noch auf die Altmotschaden machen. Das ist mal so. Dann, äh... Die vollen da rein. Und, äh... Leere wieder raus. Oh, ich hatte welche drin gehabt gerade. Vor allem stacken kann ich die auch nicht. Bisschen schade. So, wir haben ein bisschen Kohle. Und dann... Machen wir erstmal wieder ein bisschen Zeit. So. Wurlosen Abend, äh... Nicht wieder wann. Genau. Das wär... Das war, glaub ich, auch ein Versehen. War aber schon lustig. War schon lustig. Tja, was machen wir hier oben hin, ey? Hier oben könnten wir natürlich schon... Verdammte Tat, ey. Verdammte Tat. So, wir gehen hier rein. Und dann... Ach, ein Schwert wollte ich bauen, ne? Ein Schwert. Ein Schwert. So, das heißt, wir brauchen... Steine hab ich. Eisen hätte ich zur Not auch. Aber... Nichtsdestotrotz... Machen wir uns ein... Steinschwert. Tja, verarscht. Das ging doch nur mit Stiggis. So. Genau so. Was ist das denn geiles? Feuerwerk! Feuerwerk! Schön. Ey, wir haben mit Feuerwerk dabei. Okay, was haben wir hier noch alles gehabt? Liegt doch wieder doch ein Bett. Äh, ach... Jemini, ey. Ja, wir müssen den jetzt auf jeden Fall ein bisschen wieder aufräumen, würde ich sagen. Wir müssen echt hier aufräumen. Ach du Scheiße. So viel Gedöns liegt hier drum rum. Du meine Güte. Aber erstmal bauen wir jetzt den Weg immer ein bisschen fertig. Und zwar machen wir hier jetzt... Habe ich Erde noch dabei? Erde? Nein. Habe ich eine Schaufel dabei? Ja. Tja. Tja. Dann muss ich jetzt hier einmal ein bisschen angleichen. Ich brauche Erde. Wo fällt das nicht so auf? Genau. Von hier hinten. So. Genau von hier fällt vielleicht nicht so auf. Ach, Schafzeichen. Ist mir gerade jetzt meine Dings weggemampft? Nein. Drei Stück. Ernsthaft? Ist das schon wieder dunkel? Wo ist die Sonne überhaupt? Da hinten? Da hinten? So. Dann gucken wir mal... ...dass wir noch ein bisschen Erde zusammenkriegen. Dann brauchen wir gleich noch ein paar Karten das. Karten. Da Blöcke brauchen wir gleich noch. So, die machen wir auch noch weg. Die Reihe. Das kriegen wir alles hin. Hier ist nichts unmöglich Es sei denn, ihr spielt mit mir So, wen haben wir da noch? Achso, habe ich ja schon gesehen Okay, das sollte erstmal reichen Wir haben noch ein bisschen Wasser, das ist auch schon mal gut Dann haben wir jetzt, wo ist unsere Erde? Nein, Moaster's Lake ist nicht da So, dann nehmen wir den da hin Ich kann nicht warte, das muss ja alles weg hier Das muss ja alles weg So, das muss weg, das muss weg So, jetzt haben wir es, da ist ja was passiert Mit Megawolt stürzen wir noch ab, richtig Hey, das war doch wohl eine grandiose Landung Die war doch wohl, die Bidopi war die doch Okay, hier habt ihr gesehen, Homeartik Sieht die Fackeln an, wenn ich den Raum betreten habe Wollt ihr auch haben, ne? Gut, wird auch wieder sehr dunkel, wir gehen mal kurz pennen Weil ihr habt ja keinen Bock, dass gleich die ganzen Monstern schon wieder auftauchen So, einmal schlafen gehen Geht ihr schon zu schlafen? Nein, du kannst zur Nacht schlafen Ich schieß auf, ist dunkel So, nochmal Ach, jetzt geht's auf einmal Siehste? Ach, Gottes Willen, ey So Immerhin Nachdem wir den Landanflug noch einen Flugzeug geholt haben Ja, ey Hä? Sowas habt ihr auch noch nie gesehen Ich auch noch nicht So Aber war ganz lustig Wir haben es aber alle überlebt Es gab keine Bruchlandung Nur ein bisschen abseits von der Piste waren wir Aber, äh Naja Der Pilot hat es ja noch gerade gewogen So Dann haben wir, ähm Wir brauchen jetzt Kabelblöcke Ach, geil Haben wir noch Mega gut Warum habe ich noch so viel Müll hier rumfliegen Ach du Scheiße Pass auf Dann kommen die hier raus Komisch an Pflanzen Die Bücher müssen wir auch mal zusätzlich wegschmeißen Nicht wegschmeißen Aber irgendwo hinlegen Äh Die brauchen wir jetzt aber noch nicht Das ist ja nur ein bisschen Hilfe für, äh Fürs nächste Mal Dann brauchen wir die Dingensbums Die bauen wir da rein Die haben auch zweimal eine Axt unten drin Die können wir hier auch mal rausschmeißen So Dann bauen wir jetzt jetzt hier hin So Dreimal bitte Wie viele haben wir denn noch? Vier Stück Naja, ist okay Zuerst nur den Und dann können wir jetzt nämlich die Erde nehmen Und können wir daraus nämlich schön Ein Erdweg machen Ein Erdweg Hier kommen natürlich auch noch die schönen Steine hin Ja Die schönen Steine Die wir jetzt gerade nicht da haben Weil auch gleich der Dingenskampel geht So Jetzt holen wir jetzt mal die Steine Ne, da hab ich nicht mehr dabei, ne? Was war's für Steine hier? Steinstufe Toll Einfach nur Steinstufe Haben wir die hier drinnen? Nein Haben wir die hier drinnen? Nein Verdammte Tat Jetzt haben wir keine Steine mehr, oder was? Wo hab ich die denn hergezaubert? So, nachdem wir landen Achso Äh, noch gab's keine Bruchlandung Das kann sich beim nächsten Flug schon wieder alles ändern Das kann passieren Das kann passieren Aber bis dahin, äh Bin ich jetzt ein Profi drinnen, ja? Also wir fliegen morgen sofort wieder weiter Wo will ich jetzt überhaupt hin? Ich brauch die Steine Wo hab ich denn die Steine versteckt? Also ich weiß echt noch nicht hier wieder, wo irgendwas ist Ich muss echt wieder langsam wieder reinkommen Äh Äh Was? Meck der Bruchpilot Ja Äh Quack Ich bin Quack der Bruch Ups Liesse, da kommt noch schon, äh Da muss ich noch schon hixen Quack der Bruchpilot Äh, Steine, 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 Steine Hier ist aber nur Marmor Dorit? Dorit? Ich möchte gerne Marmorpflasterstein Das könnte das so sein, ne? Das ist aber Marmor Kein Normalstein Ich möchte gerne Bruchstein, das muss man so haben Wir müssen mal gucken, wie das aussieht Wir müssen das Zeug mal in den Ofen reinschmeißen Ähm Was willst du hier? Ich glaube, dass ich so ein bisschen ganz schön verlaufen Kann das sein? Hau ab! So Wir gucken mal ganz Ach Jetzt weiß ich auch, was wir noch machen wollten Wir wollten ja den Sockel bauen Den Sockel in diese, äh Diese Steinziegel machen, ne? Stimmt, das wollten wir auch noch machen Eieieieieieiei Also Ich sehe Jetzt kommt langsam die Erinnerung wieder hoch Ähm Was wir erstmal Klar Wir bauen das mal mitten rein Bauen wir so ein Ding in Klar Warum auch nicht Gut Wir brauchen, äh Den Ofen Einmal nach oben Warte mal War hier draußen nicht auch ein Ofen? Ich sag, ich bin total verwirrt Nein, kein Ofen Gut, dann müssen wir doch oben in die Küche gehen Wir brauchen hier unten einen Ofen Ähm Und dann sollten wir Ach guck mal, hier ist Ein Glück, ist so schon alles wieder fertig So Achso Wie sieht's mit dem Hunger aus? Hunger hab ich noch Ja, ist alles genug So, dann Wo ist es der? Da Marmor Pflasterstein Den brennen wir jetzt mal In der Zeit schmeißen wir das Essen wieder hier rein So So Und, äh So Dann brauchen wir nicht mehr Wir brauchen Mülleimer Wir brauchen unbedingt einen Mülleimer Wie geht überhaupt ein Mülleimer? Ähm Ist das wohl Trash oder ist das, äh Doch, das stand woanders Trash kann füllen Meintens was anderes Das ist was anderes Dann müssen wir halt, ähm Hoch Müll Da haben wir einen Mülleimer Woraus bauen wir den nochmal? Achso, dazu muss ich jetzt zu einer Werkbank, ne? Keine Werkbank hier oben Toll Vier Mal schaffen wir mal Komm Gehen wir ihn kurz runter Gucken wir mal eben Wie man den Mülleimer baut Weil ich brauche unbedingt einen Dann kann ich irgendeinen ganzen Shit mal wegschmeißen hier Äh? Warum konnte ich jetzt gerade wieder so viel auswählen? Was ist hier los? Deswegen War wir jetzt noch richtig, ne? Rezeptmodus Genau Rezeptmodus Äh? Warum kann ich das so rausziehen und dann Aber kein Lied bei mir nicht einfügen, ne? Gut Das geht jetzt schon mal Aber warum zeichnet ihr mir das Rezept jetzt nicht an? Da zeichnet er mir an Aber Ine zeichnet er mir nicht an Ich glaube aber Äh, das Ding ist Ging, ging, glaube ich Ähm Warte mal Der Mülleimer ging, glaube ich Ging der nicht so? Auch nicht? Wie ging der Mülleimer denn nochmal? So Ähm Mega Quark Ja, ich glaube auch Äh, ja Mega Quark Das ist, äh Das stimmt schon Wie ging das denn da nochmal? Nochmal So, das ist alles weg hier So, wir gehen nochmal der Mülleimer Warum wird der mir nicht so angezeigt So als Rezept? Das ist natürlich ein bisschen schade Ähm Dann brauchen wir Wir brauchen jetzt nochmal ein paar Äh Dingensblöcke Wir gehen das nochmal Gegen in der Mitte Und dann, ähm Dir drumherum Jawohl So Dann machen wir mal ordentlich was Und dann brauchen wir Drei Eins Warte mal Ey, krieg noch einen raus Geil Krieg ja noch einen raus So 15 Stück 21 Warum kriegen wir 21 raus? Weil wir noch einen hatten Genau Dann können wir den nämlich nochmal weiter nutzen Und dann, äh Können wir nämlich hier den Weg ein bisschen weiter bauen So Wir brauchen hier nämlich nochmal Geschmeide ich nochmal Eins Zwei Drei Drei Dann habe ich hier jetzt Eins Zwei Drei Ja, das reicht Das reicht Hier machen wir jetzt wieder zu Poi So Warum ich jetzt keine normale Erde mache? Weil nach der Erde Ähm Der würde sofort anfangen Hier mit Grün zu überwachsen Und das wollte ich jetzt ja nicht Ich wollte jetzt ja, dass es So bleibt für immer Und deswegen mache ich da jetzt Keine Normale Erde Na klar Natürlich kann ich ja die Schaufel kaputt gegangen Und dann gehen wir hier jetzt ziemlich runter Ich habe jetzt hier jetzt Eins, zwei, drei Stufen Das sieht schon mal richtig gut aus So Hoch Kann man so schon was lassen Das würde man doch nur so halbe Dinger machen Das geht bestimmt auch Warte, was heißt Ich muss den jetzt immer hier drauf bauen Dann Äh Habe ich natürlich Mein Name wäre nicht mit dabei Wird doch schon mehr dunkel Ey, die Zeit Die rennt aber hier irgendwie, ne Also Also irgendwie rennt die Zeit hier nur So Entweder haben wir kein Zeit Raumzeitgefühl mehr Weil der Flug eben Ja, verdammt nochmal kurz war Oder Keine Ahnung So, wir brauchen Die brauchen wir noch So, jetzt hauen wir mal kurz Bei den Den Ömbel da mal kaputt Auf ne halbe Stufe So, komm mal her Komm mal her Schätze Gehen So Zack Zack Nein Genauso Jetzt mal da raus Wieder Erde drauf So Das sieht ja schon richtig Fast schon Sehr wunderschön aus So Dann nochmal hier nehme ich jetzt Könnte mich hier nämlich auch noch halber hinkommen Okay Hier kommt so Erde hin So Dann müssen wir da jetzt nochmal wieder Drei Normal hinlegen So Und dann damit Halt Erst mit dem Hammer bearbeiten Und zwar genau so Ach, dann muss das doch wieder weg Ah Ärgerlich Kein Thema Machen wir so Und Ja Das kriegen wir alles hin Kriegen wir alles hin Ich hab keine Chance mehr Ich hab Warum ich auch noch drei Schwerter Hä Ich muss halt eben die Tage Ob ich mal ein bisschen leer machen Das gibt's doch nicht Okay Dann machen wir kurz die Erde immer weg Ganz gekonnt Mit der Erde Die Erde weg Und sechs Stück von denen Und Erde wieder drauf So Das sieht ja schon ganz schön Ein bisschen Verträglich aus Gehen wir hier nochmal eine Stufe runter Und dann muss natürlich hier Auch alles angepasst werden Nur aufpassen Dass wir da gleich nicht Ins Beet irgendwie reinkommen Dann Sieht ja schon fast Ordinär aus Gut Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Ach nee, warte Drei kann ich nochmal machen So Haben wir den Hammer nochmal draufkloppen Eins Zwei Drei Und Halt Du da noch mit drauf Dann kommt hier jetzt Nämlich jetzt Die Bodenstufe rein So Ja Und so müssen wir jetzt weitergehen Dann kommen die auch noch Kartenleise rein Und dann kommt Warum wächst der Unkraut auch durch Ist das dein Ernst Ernsthaft Ich hoffe da Dann wächst jetzt nichts mehr Jetzt muss ich hier Ganz starkes Unkraut Echse nehmen So Ja Es wird schon dunkel Gleich kommen die Viecher Probieren wir ganz schnell Wir werden es mitdrehen Also wir müssen aber irgendwas finden Dass hier halt die Wolkenbeil schön aussieht Das kann ich so nicht lassen Ja Ich würde gerne wieder einen Shader haben Oder halt auch Optifine Aber wie das über Technik Launcher funktioniert Das weiß ich gar nicht Da konnte man ja nichts einstellen Groß So Wir holen uns mal mal hin zum Schlafen Du kannst schon auch schlafen Blablabla Es ist Nacht Oh Kommt sie zu So Geht doch Da wollte er gerade wieder runterfallen Habt ihr das gesehen? Der wollte schon wieder runterfallen Oh Warte mal eben Achso Das war von vorhin Genau So Was jetzt auch der Vorteil wieder ist Man hört die Schritte jetzt wieder Man hört die Schritte Ja Was man so durch die Gegend läuft Das ist natürlich wieder schön Das war ja beim anderen ja nicht so Was ich hatte Da konnte man halt den Dings dann Schnee Über Schnee Weg mit dem Schnee Muss ich den nächsten Salz streuen? So Das ist auch noch Schnee Hä Wie das denn? So Hä Willst du mich verarschen? Habt du gerade alles weggemacht? Ach ne Ich kam von der anderen Seite So Schnell wieder rein Durchschalt Und dann Sehen wir mal zu Dass wir Ein bisschen die Wicht Noch fertig kriegen da unten Wir brauchen noch Kam das Wir brauchen jetzt noch ganz viel Stickies So Stickies haben wir ja ein bisschen Für uns ein Stück in der Zahl Halt Wir müssen erst noch das andere machen So Wir brauchen ein paar Stickies dazu Solder Guides Was soll da jetzt? So Jetzt haben wir da 64 Stück So So brauchen wir acht von den Dingern hier Eins, zwei, drei, vier, vier, sechs, sieben, acht So Acht mal Fünf mal dreißig Ne? Vierzig Ja Wir müssen ein bisschen üben So Dann können wir hier ganz geschmeidig Und eine Schaufel brauchen wir noch Schaufel Eine Schaufel Aber schau mal Stein dabei Stein, 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 Stein Nein Warum? Weil ich vorher schnell wegschmissen habe Das heißt Wir müssen halt Uns immer noch Holzschraufel brauchen Das geht ganz schnell Auch wenn das Nicht so wirklich Unseren Zeit entspricht Wir sind eigentlich schon viel weiter Wir hätten schon einen Stein machen können Aber nein Ich habe keinen Stein mehr dabei So Hier kommt auch alle weg So Dann machen wir ganz schnell die Erde mal ein bisschen weg Oh wei, oh wei, oh wei Da kommt auch noch ganz viel auf dem Zoo hier So Neuigkeiten zur Sendung Alles klar Was haben wir heute im zehnten Das sieht ganz stark Nach einer neuen Kiste aus Bin ich nochmal gespannt So Das sollte jetzt ein bisschen reichen Könnten wir damit dann unsere 40 Dingenswobens einbauen Sollte das funktionieren So Drei haben wir Können auf jeden Fall Erstmal schon mal So So Das passt auch noch Okay Das passt auch noch Und die passen auch noch Ja geil Haben wir ein bisschen was übrig Dolations Schnell Sí Ja